Hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Ich habe eine Bitte, und zwar mehrere Bitten gehabt, einfach mal Salat-Trassings zu zeigen. Blanko, einfach Solo, ne? Nur wie die Salat-Trassings produziert werden. Deswegen habe ich mir extra mal so ein Glasgefäß besorgt, damit man das besser sieht. Gut, wir machen ein French-Tracing als erstes. Das war am häufigsten gewünscht worden. Daraus brauchen wir 150ml Joghurt, Bio-Vollmilch-Joghurt, 50ml Salat-Mayonnaise, 2 Dörstlöffel Senf, Pfeffer, Salz, Knoblauch und Blattpetersilie. Oder normale Petersilie. Zuerst schneide ich die Blattpetersilie. Kann auch Schädlau sein, ne? Ich finde immer nur, in Salatsoßen gehören einfach frische Kräuter rein. Das muss nicht besonders fein sein. Erstmal ganz grob rein. Dasselbe wie Schädel in den Knoblauch. Die fürchte ich immer. Ihr hört, wie der knackt. Das ist halt ein frischer Knoblauch diesmal. Der steht natürlich voll im Saft. So, dann die Mayonnaise hinein. Dann die Salat-Mayonnaise. Senf. Nehmt ihr mal am besten die Marke, die euch am besten schmeckt. Weil das ja doch ein sehr großer Geschmacksgeber bei dem French-Dressing ist. French-Dressing heißt es halt auch wegen dem Senf. Salz. Schon ein bisschen was rein, ne? Und prächt gemahlenen Fetter. So, dann haben wir hier unseren Zauberstand. Alles kräftig durch. Nichts mit uns. Mach mal was. Mit so Auf- und Abbewegungen am besten. Das geht am besten. Fertig ist unser Dressing, ne? 250 Milliliter. Ich sag mal, wenn ihr einen großen Salat-Teller isst, ist das für zwei Personen. Als Beilage kommt ihr dafür mit vier Personen klar. Einen Bonapetit. Wünscht euch euer Bio-Koch. Und tschüss.